Die Märkte in positiver Stimmung. Der DAX zumindest mal aktuell mit fast 15.500 Punkten gar nicht so schlecht unterwegs und ja weiterhin auf der Aufwärtsseite. Ist das jetzt die Erlösung? Können wir jetzt davon ausgehen, dass es weiter nach oben geht? Bleiben wir mal im Nachmittagssegment. Da sehen wir schon, dass es heute Nachmittag eher gemütlich zugeht, was das angeht, also den Schwung ein bisschen verloren hat. Das ist so häufig so das Ende einer Bewegung. Ich will jetzt kein Umrufer sein, aber wir dürfen nicht vergessen, noch ist diese Bewegung im Wesentlichen ein Dreiweller und das nach einem starken Abwärtsmove. Also wir sind, denke ich mal, eigentlich auf einem ganz guten Niveau, um jetzt mal zu entscheiden, ob es tatsächlich sowas wird mit sehr späten Trigger hier für die Abwärtsseite. Da würde ich lieber versuchen, auf der Short-Seite hier nochmal reinzukommen. Das werden wir uns gleich bei den anderen Indizes nochmal angucken. Aber ich sage mal, noch würde ich das in etwa so verorten, dass wir hier so halbwegs die Chance auf einen Dreiweller haben, wenn er jetzt dann bald dreht. Und zumindest vorläufig gibt es mal die Zeichen dafür, dass der Markt ein wenig müde wird. Aber, und jetzt kommt das Spannende, wenn das Ganze in einer Korrektivbewegung passiert, dann sind wir ganz schnell in einem fünffälligen Bewegungsmuster. Und solange das überlappungsfrei bliebe, wäre das ein sehr positives Zeichen. Über die vorgestichtete, da kann man trefflich streiten, denn die ist wahrlich alles andere als ein schöner Schub hier nach oben. Man hat den Eindruck, dass das eigentlich insgesamt eher eine Korrektivbewegung ist, das was wir hier sehen. Aber, wie gesagt, wenn wir da jetzt einen Fünffäller kriegen und dann da im noch größeren Bild wieder eine Korrektur, dann wäre ich sogar gewillt, hier auf die Long-Seite zu wechseln. Aktuell aber für heute Nachmittag zumindest mal das Highlight, dass der DAX langsam aber sicher hier in die Pausenschaltung geht. Ihr seht das ja auch beim DAX Future. So richtig den Schwung hat er nicht mal. Das ist häufig so am Ende eine Aufwärtsbewegung. Das haben wir hier gesehen, das ist jetzt hier mal ein Wochenchart, aber das ist immer so ein Musterbeispiel. Auch hier, das ist häufig dann so ein Zeichen für vorläufig Pause. Nochmal schnelle Rücksetzer, irgendwie sowas in der Richtung, ob die dann lang oder kurz sind, ist eine andere Geschichte. Aber eben nicht mehr den gleichen Vortrieb hier auf der Oberseite, den wir da erwarten können. Das ist natürlich spannend in dem Zusammenhang, was Amerika macht. Und Amerika, wenn wir den Dow zuerst mal angucken, ist in einer etwas anderen Situation, die ich gar nicht so schlecht finde. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das hier, sagen wir mal, nicht überschneidend war. Da gibt es so ein bisschen Kritik, die man da äußern kann, aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das wird das Video jetzt sprengen. Aber im Moment haben wir hier das, was ich beim DAX eben schon mal angedeutet habe, nämlich etwas, was ich aktuell eher als ein Fünfweller und dann auch noch mit nahezu Überschneidungsfreiheit hier sehen würde. Das wiederum ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der Dow Jones, hier gemessen am Dow Jones Future YM, der sieht gut aus. Also, wenn wir die Situation hier haben und jetzt tatsächlich das irgendwann mal einschläft, weil das, was wir vorne haben, ist hinten häufig ähnlich groß. Also ich sage mal so, von der Symmetrie könnte man sagen, Mensch, Pause täte ihm gut, wäre nicht jetzt so untypisch. Und wenn die dann tatsächlich korrektiv, also A, B, C oder dreiwellig wäre, dann wäre diese Fortsetzung sehr, sehr sinnvoll. Also ich muss sagen, auch wenn ich das interne Gezuppel hier nicht so gut finde, was wir hier hatten, auch hier diese gesamte Aufwärtsbewegung hier vorne, das Ganze, das ist doch schon ganz schön kritisch. Man sieht, dass der Markt schon latent nervös ist. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Aufwärtsbewegung, die sich hier jetzt ergeben hat seit dem Tiefen Januar oder Ende Januar, 2. Januar-Hälfte, dass das nicht so schlecht aussieht und das bullische Bild immer noch ermöglicht. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, ob es möglich ist, dass der DAX fällt, während der Dow steigt. Die werden jetzt nicht komplett gegenläufig sein, aber es ist natürlich denkbar, dass in dieser Pause der Abwärtsbewegung der DAX dann nochmal eine schnelle Abwärtsbewegung macht. Und in dieser Anstiegsphase der DAX dann eben auch wieder tapfer und mit nach oben kommt. Also solche Sachen sind natürlich dann möglich. Das heißt, die Richtung ist die gleiche, aber die Intensität der einzelnen Bewegungen sind dann eben entsprechend unterschiedlich. Der S&P ist ziemlich ähnlich hier drauf. Man sieht hier noch nicht irgendwie ungemach. Wenn man ein bisschen unsauber drauf guckt, ich zeichne hier das nochmal ganz grob, dann würde man sagen, hier vorne Knubbel, dann starke Bewegung wieder hier, Knubbel. Also Knubbel steht immer für Korrektur. Und das Ganze haben wir sogar im Feintuning. Schnelle Bewegung, Knubbelbewegung. Naja, Knubbelbewegung, das wollen wir uns nicht lächerlich machen. Aber das ist wohl eher die scharfe Bewegungsrichtung. Das ist wohl eher die schwache, also die Korrekturrichtung. Anschließend die Fortsetzung hier nach oben. Sprich, lasst uns doch hier nochmal wieder sowas machen. Idealerweise wieder überlappungsfrei. Und dann die letzte Welle, das ist vielleicht was, was für die aktuellen Trader nochmal spannend wird. Dass wir früher oder später nochmal eine Korrektur kriegen. Da dann die fünfte Welle. Und das wäre dann die fünfte der fünften. Ich mache das hier vorne nochmal weg. Also sprich, innerhalb dieser fünften Welle wäre das die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Also die fünfte, der fünften, so ziemlich das Endstück sozusagen der Aufwärtsbewegung. Über die Länge kann man sich streiten. Aber ich sage mal, orientierungsmäßig werden so Zonen bis in diesem Bereich wahrscheinlich noch in Ordnung. Viel höher. Da müssten wir dann mal gucken, was draus wird. Auch da gilt natürlich grundsätzlich der Gedanke, wackelig runter wäre dann entsprechend ein möglicher Einstieg. Das ist etwas, was ich mir vorstellen kann hier für die nächsten Stunden beim S&P. Beispielsweise, wenn er jetzt nach diesem deutlichen Anstieg dann irgendwann mal wieder wackelig runterkommt. Entweder im Kleinen, also analog zu sowas hier zum Beispiel. Oder dann im Größeren, analog zu sowas. Dann wäre das aus meiner Sicht gar nicht so eine schlechte Idee für die Long-Seite. So, und was sagt der Nasdaq? Future dazu, NQ03, also im Märzkontrakt ebenfalls. Er war immerhin überschneidend unterwegs. Aber er hat an sich das gleiche Muster hier auch. Also ebenfalls so diese Bewegungsrichtung, wo man sagt, naja, es ist doch das Gleiche. Fast das Gleiche. Also die Fünffälligkeit kann man hier bis jetzt vermuten. Ich sage mal vorsichtig vermuten. Was ist der Unterschied? Diese Tiefs hier sind niedriger als die Hochs. Damit ist die Aufwärtsbewegung überschneidend. Und das hat längst nicht mehr so viel Power. Längst nicht mehr so viel Hinweis darauf, dass die Marktteilnehmer wirklich Bock haben. Sondern das macht eher den Eindruck, dass die Marktteilnehmer sehr zögerlich sind, sehr zurückhaltend sind und dementsprechend da nicht im gleichen Maße Willen und Kraft eben zeigen. Ich habe ja schon mal eingezeichnet. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass wir diesen Bereich hier nochmal erreichen. Das ist ungefähr 15.600, 500, irgendwie sowas in der Richtung. Kann ein bisschen tiefer, ein bisschen höher sein. Aber bis dahin. Und wenn wir dann abwärts tatsächlich steil werden, wackelig hoch, dann würde ich das Ganze ganz schnell als nur eine korrektive Gegenbewegung, korrektiv wegen der Überschneidung, mit Chancen, dass wir das, was wir vorne haben, hier hinten quasi nochmal bekommen. Und dann sind wir nämlich tatsächlich da, wo er ja auch in einer übergeordneten Logik gerne mal steht, nämlich 13.000. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Jetzt für heute Nachmittag gilt natürlich der gleiche Grundsatz. Wenn ihr irgendwo eine scharfe Bewegungsrichtung habt in eine Richtung und dann habt ihr drei Weller in die Gegenrichtung, dann ist es durchaus clever, davon grundsätzlich mal auszugehen, dass sich diese Bewegungsrichtung fortsetzt. Das ist zumindest mal so eine Vereinfachung. Das geht natürlich nicht immer. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber auch schon Beispiele gesehen, wo es nicht geht, ich kann euch sagen, ich habe die sogar getradet. Also das ist nicht nur, dass das immer richtig ist, aber in der Regel ist es so, dass wir unsere Verlustseite gegenüber der Gewinnseite in einem für uns günstigen Verhältnis dabei wählen können und deshalb ist das kein schlechter Ansatz. Also Erwartungshaltung auch hier. Lasst den halt nochmal irgendwie runterkommen, irgendwann jetzt hier und dann hat man die Chance, vielleicht ja die fünfte Welle nochmal zu machen. Das ist analog, das könnt ihr mal selber nochmal einzeichnen zu dem, was ich gerade beim S&P eingezeichnet habe. So, viel mehr gibt es für die Indizes eigentlich nicht zu berichten. Zumindest an dieser Stelle will ich es dabei beruhen lassen. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Toi, 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 viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns und ich hoffe, alle auf der Gewinnerseite.